Kreisliga-Legenden Hallo liebe Kreisliga-Legenden da draußen. Wir haben ein Buch für euch, das stellen wir natürlich auch vor. Das heißt Kreisliga-Legende und sieht so aus wie der da. Komisch, ne? Verdammt hübsch also. Auf jeden Fall lese ich euch eine kurze Passage vor. In der Sommer sowie in der Winterpause können die Jungs keine 20 Meter Sprint absolvieren, ohne dass die Raucherlunge kollabiert. Ja, ist ja so, oder? Sportler ist, wer raucht und trinkt und trotzdem seine Leistung bringt. Ja, dann sage ich nochmal, bis morgen zum nächsten Adventist-Kanzler... Wie ist das Wort? Adventist-Kanzler. Adventist-Kanzler. Ja, war schon ein bisschen zu viel Bier. Tschürio. Abendist-Kanzler.